Hallo, hier sind wieder eure FUSSBALLBROS! Wir machen heute Sneakers gegen Fußballschuhe Challenge und auf jeden Fall machen wir jetzt erstes 8 Meter Schießen auf unseren Torwart Matthiete und auf jeden Fall danach machen wir Volley Schüsse und dann einfach ganz normal schießen und auf jeden Fall jeder hat 3 Schüsse und wer von den 3 Schüssen einfach am meisten rein macht hat gewonnen! Und los geht's! Und der erste ist drinnen! Ja! Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke! Und sie gibt einen Like drauf! 2-1 für die Sneaker! Jetzt holen die Fußballschuhe wieder einen Punkt! 2-1 für die Schüsse Also Leute, bisher haben wir bisher jeden getroffen wir haben jeder noch einen Schuss und ich würd sagen, jetzt probieren wir es einfach mal von 11 Metern vielleicht wird es dann spannender 11 Meter war ein Stier! Dann Fälle! 1-2 für die Schüsse 1-2 für die Schüsse Die erste Runde haben Fußballschuhe gewonnen und Du hast ihn getroffen, oder? Jetzt gehen wir zum Volley über 2-2 für die Schüsse Ich würde auf dem Maffensiv den Ball und dann schließen und der Ball auf einmal den Kuchen an Verrühren! Ok! Los geht! Ja! Keine Chance! Jetzt wollen die Fußballschuhe wieder wieder einen Punkt! Nein! Bitte streck ich dich. Ja. Martin, ich habe gerade nicht gehofft, dass meine Chance... Nein! Wenn ich jetzt treffe, wenn ich jetzt treffe, habe ich... habe ich das Glück, weil ich den ersten Ding gewonnen wollte. Auch wenn du nicht treffst, dann hast du gewonnen. Weißt du nicht, weil du musst deine Chance... Also, du kannst mir sagen, ich habe von dir verpackt. Dann probiert man mit den Beinen. Ja. Also, ich habe gewonnen, aber der Kami bin auf meinem Versuch. Noch mal in ER-Treffen. Schreib in den Kommentaren, Hashtag Ehrentreffer. Ach, ja. Würden wir vorhin zu. Oder kein Ehrentreffer. Oder daneben. Es steht 1-1. Schreib in den Kommentaren, Hashtag noch mal in den Kommentaren. Und der letzte Challenge. Und jetzt kommt einfach laufen, einfach schießen. Also, voll leicht. Aber man muss irgendwie auch hier schon schießen sein. Und das erste drinnen. Das kann man nicht machen. Jetzt bin ich dran. Und nee. Nein. Ja. Ich glaube, wir können nur Fußballschuhe. Challenge mit normalen Schuhen. Na ja, das sind keine normalen Schuhe, das ist ein Ultra-Bus. So, Kacken. Ey Leute, ich glaube, Kacken ist heute nicht so gut drauf. Ja. Kann man gleich sagen. Helpli. 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 Hey Leute. Einfach Torwartfehler einmal. Jetzt bin ich dran. Das war nicht richtig gut. Dann schreibt einfach Hashtag Torwartfehler rein. Ja. Das erste Tor. Das erste Tor. Und die Kippe fällt gut runter. Freund, jeder hat von uns noch einen Schub. Wenn du jetzt ihn nicht hältst, Junge. Oh mein Gott. Ja, ständig für die zwei Eintracht. Martin. Jaaaa. Fuck, wir werden jetzt den Ausgleich machen. Ja. Sie ist ja, Martin, sie kann auch halten, wenn er will. Nein! Warum hat es nur mit... ... ... ... ... ... ... ...